Leg die Arschlaufer an! Das ist schon merkwürdig, dass ich das bislang nicht gemacht habe. Ich habe mir gesagt so, hm, jetzt machst du das mal. Nächsten Tag, hm, jetzt machst du das mal. Und dann kam immer irgendwas dazwischen. So schlimm und so grauenhaft. Und jetzt machen wir es endlich. Zombie Panic in Wonderland. Geschichte, Ketten und Optionen. Ich glaube, ich muss eine Option... Das hatte ich nämlich auch schon vorhin das Problem. Dass das so laut war und ich dann... Jetzt passt das auch mit meinem Fernseher. Spielen wir auf Schwierigkeitsgrad normal. Ich gehe mal davon aus, das sollte passen. Und wir starten die Geschichte mit... Offenbar haben wir verschiedene Charaktere, aber wir haben erst diesen... Momotaro? Hauen wir einfach mal auf die Kacke, würde ich sagen. Was soll das schon werden? Es war einmal... In einer Stadt im Herzen des Königreichs von Wonderland. Eine deutsch-englische Stadt, cool. In der östlichen Stadt von Wonderland geht... Ich kann nicht lesen. Ich war schon lange nicht mehr in der Stadt. Das Geschäft ist offen. Ich werde ein paar Kigabadudududu kaufen, bla. Was? Ist jemand da? Super Anime-Style. Du meine Güte. Phoenix Rydemore ist aktiviert. Hm, wo sind denn alle hin? Apokalypse now und so. Sehen die toll aus. Sie hätten solche tollen Zombies gesehen, ey. Darf ich die schon abknallen? Echt jetzt? Geil. Okay, ich glaube, das wird lustig. Es ist so ein kleines Flash-Game. Kann man sich für... Ich glaube, 1000 Wii-Points im Wii-Store kaufen. Smoke Wii every day. Hups. Oh. Headshot. Okay. Auf A ist eine Granate. Deswegen habe ich auch schon den gesamten Laden verlegt. Da habe ich jetzt auch eine NG und kann hier... Okay. Okay. Der Knopf hat auch eine Bedeutung. Ich kann also so machen. Äh. Ich hatte den Hubs und Gemüse. Wie geil. Ich kann die alles sagen. Ja, scheiße, Bruder. Okay, die Waffe hat auf jeden Fall nur ein Endlich-Amo gefällt mir. Nein, nicht Ninja. Ninja sind abgelehnt worden. Aua. Hä? Was? Ich will hier leben. Wieso? Och. Shit in me? Hab den. Wie geil. Boah. Okay, damit kann ich ausreichen. Während ich ausreichen kann ich nicht schießen. Dieser Bruder ist schlecht. Ich kann hier echt alles zerlegen? Stirb ihr. Ihr seht voll anders aus als in den Cut-Scenes. Was samm ich hier überhaupt die ganze Zeit ein? Hab ich irgendwie andere Sachen? Iiii. Du bist ja hässlich. Du bist tot. Oh, Alter, bist du eklig. Weg. Super Sumo. Wow, wow, wow. Ich mach' Wow, wow, wow. Okay, so kann ich Granaten schießen da, wo ich stehe. Wui. Abgelehnt. Oh, sü 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 sü. Ja, ich hab'n Flammenwerfer. Wo hab' ich denn den her? Hab den. Hab den. Den. Lässt du das? Probieren wir das Ding mal aus. Bäh. Wow, 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 wow. Nein, no ninja. Me, gooster, no ninja. Oh Gott, weg da. Lauf einfach weg. Was wollt ihr machen? Alter, Ninjas. Nein. Abgelehnt. Mino ninja. Wie ich Hauptsache erstmal die gesamte Stadt in Schutt und Asche zerlege. Nur weil ich es kann. Ausgewichen, Bitches. Kapier dran. Oh nein. Hör auf. Wum. Super Ausweichung. Die Ausweichung, das Ausweichen gefällt mir irgendwo. Ist da total pointless, aber. Kann ich mir so machen. Jetzt muss ich... Weg, weg, weg. Weg, weg. Guck mal ein paar von euch. Gartenzwerg. Nein, lass Mr. Pinguid in Ruhe. Lass das. Ist das Ammo? Kann ich auf dich schießen. Uh. Ihr. BZB. Wuh. Werd geht denn das noch? Wuh. 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 Ausweichen. Das Ausweichen gefällt mir echt. Total pointless Ninja Anime Style. Alter, jetzt reicht's. Das hab ich überhaupt ne EMG nicht. Was bin ich für ein Junge. Äh. Ach du kacke Skelette. Oh, ich hab dafür keine Ammo mehr. Äh. Hörst du auf. Auf wieder zu kommen. Das hab ich noch ein Problem. Wau, wau. Wau. Ey, das ist... Okay, wie auch immer. Hm. Ach so, ich brauch so ne Clean-Up. Prozent Kacke. Hopp, hopp. Hopp. Wee. Ich bin auch da. Oh. Ratatatatatata. Pff. Juhu, hopp. Du hast mich gerettet. Hopp. Danke, danke, danke. Hopp. Juhu. Was ist das? Wolltig, Zwerg. Was ist hier los? Wo sind alle hin? Alle durchdrehen. Hopp. Naja. Aber keine Ahnung, was passiert ist. Hopp. Vor einer Woche. Hopp. Es sind alle Zwerge gegen Plötel verschwunden. Hopp. Drei Tage später, hopp, hat eine Zombie-Valley-Stadt überwempelt, hopp. Ich weiß nicht, wohin alle verschwunden sind, hopp. Ich weiß nicht, wo alle die anderen zwei Hoppa sind, hopp. Meine Vorhünde, ich darf keine Zeit mehr verlieren, nörzloser Anime-Style. Das ist so toll. Oh Mann, mir gefällt das Spiel. It's so pointless. So ein... Oh, 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 oh. Oh, ich mach mit dem Leben weiter, mit dem ich angefangen hab. Wie cool. Habe ich wenigstens... Ich mach nicht mal mehr Ammo dazu. Wieso muss ich hier bei dem Ganzen unbedingt so an Toho denken? Jetzt hab ich bei einer Kagutsuchi gesagt. Das ist was anderes. Das ist was anderes, okay. Also das Spiel gefällt mir. Ist doch so ein total pointloser Rail-Shooter. Mal so... Mal ganz davon abgesehen, dass er... Oh, bin ich tot? Nee. Boah, kranke NG, oder was? Ich mach das mal toll. Leider hab ich kein Ammo mehr. Abdehnen. Boah. Boah, hoho. Ausweichung aktiviert. Bleibst du hier. Boah, was bist du denn, Hässlichen? Haha. Oh Gott, die Hässlichen, du noch. Kopf weg. Nein. Immer auf den Kopf. Auf den Kopf ist immer richtig. Vor allem gibt's Ammo, ey. Und was lernen wir daraus, Kinder? Autsch. Ey. Und jetzt? Ja, klar, weiter. Weiter geht die Luzi, hallo? Hop, hop, kann ich das irgendwie... Ich kann's irgendwie skippen, ja. Ja, 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 ja. Die Katzen sind auch total pointless, aber mir gefällt's. Das macht irgendwie total Spaß. Schau rein, wir haben jetzt mal wieder... So. Jetzt haben wir auch wieder alles. Abdehnen, ja. Bäh. Ups. Das war jetzt mal eben total pointless. Sag mir nicht, ich kann auch die Umgebung... ...zu meinem Nutzen machen. Boah. Die gefallen mir. Äh, Fahrrad. Tja. Hättest du nicht noch kopflos agieren müssen. Wieso konzentrieren mich auch gerade drauf, so eher die Umgebung zu zerlegen, als sonst was? Es ist komisch, ich versuch grad irgendwie hier... Ja. Baumfeld, bitches. Nicht hier schon wieder. Habt ihr. Ich bin so ein kleiner Junge, geh in die Stadt und hab ne M.G. dabei. Wieso? Hier die Ninjas nerven. Ja, die geben Sachen, das ist cool. Zumindest, mein Schatz. Hab die. Mit denen möchte ich mich nicht lange abfackeln. Die sehen mir dafür zu böse aus. Hallo? Bleibst du hier? Bleibst du hier? Kann ich nicht irgendwie was mit meiner Wii-Mode machen? Ich mein so... Das hin- und herschütteln ist doch hier gang und gäbe in der Wii. Vielleicht ist das Sound total lustig. Ich mein, ich knall die in die Rübe weg und alles, was ich mach, ist plopp. Ich hoffe, die gefällt mir, die ist gut. Ähm, wie kann ich euch schaden? Ah, okay. Oder ich mach's so. Das ist Option Nummer 2. Und Option 2 ist bei mir eine Granate. Oh oh. Oh. Hihihi. Wo ist meine andere? Mein anderes Spielzeug. Ist ja auch egal. Aber der Typ hat ein Schwert. Warum kann ich's nicht nutzen? Das würde ich nicht... Ah, okay. Wenn die Naht an mir... Aua. Äh, Megbrenne. Wäääh. Oh, hallo, du da. Hab den hier. Geh, du Scheiße. Wow. Mach nochmal so'n... Mach nochmal einen Angriff. Okay, dann kann ich dir schaden. Oder... Ganz einfach so. Oh, ich bin männlich. Und fall trotzdem um. Fuck. Einmal von Ninjas auch freuen wir. Von Ninjas hab ich ja... Mehr als nur Respekt. Bin ehrlich. Für so'n kleinen Rail-Shooter... Für zwischendurch... Ist es nicht schlecht. Da muss noch ziemlich vieles achten, ne? Das ist es. Hört ja auch mit irgendwelchen... Exklusiven Dreckbällen zu werfen. Ist ja ekelhaft. Überrasch der ja. Hey wie ... Das ist so teuer. Wawawawawawawaw, binarywawawawawaw ... Wieso bin ich noch am sympathischen. Da kann man es ja gar nicht verfehlen. Wie schnell ist das hier. Oh nö. Dodging-Skills aktivieren. Wum. Ganz ehrlich, diese Skelette gefallen mir gar nicht. Die brauchen man zu lange treffen, bis die mal kaputt gehen. Oder wir machen es so. Komm, dem Wesen noch die Ammo mit. Das wirst du ja wohl noch können. Oder du beugst dich einfach ganz gelassen nach vorne. Das geht auch. Was? Was ist das? Was ist das? Alter, das sieht aus, als wenn ich mich vor den Spiegel stellt und dreimal Bloody Mary sage. Was bist du? Wow. Oh. Oh, okay. Halt mal einfach drum. Oh. Ich... I've felt to see the problem here. Aber okay. Halb so wild. Man kriegt ja offenbar... Man hat ja offenbar... Äh, ja... Guck mal, Funkeldinge. Weißt du was, du komische Gen-Mutation? Hab ich was. Hier gibt's auch was von Reizhofer. Du lernest dann nicht. Wow, was war das denn? Meine Wii-Mode ist auf einmal total durchgedreht. Ach so, er hat dieses fette Mac-Chicken-Ding da auf mich zugeschwebt. Alter, meine Wii-Mode dreht total durch. ich weiß nicht. Hehehe. Ja.